Spielmann. Voll der Geduldspiel, ja. Ey, mein Deutsch ist halt nicht so gut. Deutsch ist volles Geduldsspiel, weil irgendwie... Manchmal musst du später abspringen, manchmal musst du direkt schon wieder abspringen, du landest. Oh fuck, oder du... ...machst gar nicht, dass du auf dem Block rauskommst. Wie ist dein Penner-Bett sein? Das ist überhaupt... Ich brauche hier Anlauf. Ich glaube, ich bin unten gespawnt. Ah, mein Bett wurde zerstört. Ja... Dann porte dich mal hoch. Ich mach hier grad Betten umlegen. Betten umlegen, ja, ich bin Bettenkiller. Oh Daniel, aber... Ey, toll. Jetzt hab ich mich zu dir geportet, dann bin ich... Ja, jetzt mach nochmal. Ja, mach jetzt. Ja. Hab ich gemacht. Hey, nix. Mach die Augen auf. Oh, ich mach selbst. Was, Kevin? Mach die Augen auf. Ja. Okay. Hier. Du auch immer wieder runterfallen musst. Voll die verschwendeten zwei Sekunden. Alter, Junge. Junge, ich hab immer noch nicht gepennt. Ja, ich hab da runtergefallen. Ich hab da runtergefallen. Barbie kommt. Ach, geil. Geil. Okay, Alter, jetzt. Oh, warum hast du durch mich durchgespawnt. Geh, Junge, aber jetzt. Aber jetzt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ich hab zu spät gedrückt. Erstmal so'n Mod holen, wo wir Maschinengewehre haben. Alter, dann mach ich jedes Mal so'n Amok laufen. Dann schießt du den kleinen Fabi ab. Lass mich doch nehmen. Das ist die beste Antwort. Alter, ich seh' dich gar nicht mal. Ich? Nein. Das ist doch geil. Kannst du nicht helfen. Ach, scheiße. Daniel, was hast du zu Ostern bekommen? Daniel, was hast du zu Ostern bekommen? Geld. Du? Ja, ich hab mir Klamotten geholt. So'n neuen Computerstuhl. Ja, Klamotten. Geld auch. Ich hab mir Klamotten geholt. Und viele kleine Häschen. Und viele kleine Häschen. Viele kleine Häschen. Ja, Mann. War alles schon gesnackt. Obwohl, eigentlich mag ich keine Schokolade. Du musst dein netzer Fabi wieder. Fabi, was machst du denn immer? Gegen mein Trainingsprogramm. Ich hab ja nicht, äh. Alter. Der ist dumm. Doof und verpeilt. Ich weiß. Ich geh grad mal aufs Klo, dann guck ich euch so zu. Ja, ja. Ge-Kacken. Aber film mich. Aber film doch mal wenigstens die Menschen. Ich hab glaub nie. Ja, ich hab's geschafft. Was? 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 Ich hab hier hingeguckt. Ja, Daniel. Ich hab hier hingeguckt. Ich hab genau auf die Bahn geguckt. Nein, hast du nicht kennengelernt? Für euch vielleicht anders aus. Tja. Ja, das sehe ich immer. Guck mich nicht an. Guck mich an, Kevin. Du hast wahre, Kevin. Siehst du? Jetzt guckst du mich gerade wirklich an. Ich hab auch auf die Bahn geguckt. Mhm. Mh. Mh. Werden wir beim Video später sehen. Werste sehen? Ich zeig's dir. Oh, Mann. Hast du es schon geschafft oder was, Fabi? Ja, Mann. Kill a number one. Ja, mit dem Daniel kann sich eh wieder ewig dauern. Fabi, wo bist du? Fabi? Mh. Oh, Mann, ey. Guck. Guck. Das macht dann eigentlich auch einiges cooler. Deine Mutter so kleine, Bro. Jo. Na, ich sehe dich jetzt. Werdener bin ich nicht. Scheiße. Ja, natürlich filmt mich nicht, gell. Ich bin ja nur so... Hintergrundjumper. Ja. Wenn du was hinkriegst, film ich auch. Au. Ja. Ja. Ja, warte. Ruhe. Maus auf die Mitte. Der Fabi. Der Fabi. Schön hier, durch den Kraftblock durch. Nein. Was ist denn da jetzt wieder geflogen in der Luft? Mit Schuhen. Mit die Schuhen. Ich hab jetzt so kleine Legger irgendwie, Mann. Irgendein Server, Mann. Ja. 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 Was ist denn ein Krasblock in der Luft? Nein. Wenn du nicht mal ein Krasblock in der Luft hinkriegst. Wo ist denn ein Krasblock in der Luft? Ja. 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 Ehebombe, Hinnerbombe Ich glaube schon Hinnerbombe Joho Wenigstens Schweine oder so Oh, Junge Wenigstern sterben dort auf dem Fall Ja, legt es wieder Ja, spamm meinen scheit-server zu Fertig, Tön Enderman Juhu Nein, noch nicht Och, Daniel Und ja, noch allen der Luft Du stehst mal ein bisschen was zu bauen, ne? Also auch was zu bauen, um so viele Sachen zu platzieren, alter Alter Klingt bei mir einfach nur Deswegen fähle ich doch die ganze Zeit, weil ich so ein Läger mitten in der Luft hab Hörte mal die Chickens da Ja, mach schon Die werden sterben Ja Wie denn schafft er? Nein, er schafft es nicht alle sind von dem von der Wunsch vor ein wenig doch mal wenigstens hier ja das ist ja voll überflüssig und springen dann du kannst bei dem um vorletzten Glocke auf einer Linkspunkte auch macht es vielleicht auch schluss vielleicht um einiges einfach es mache ich es ja als auch schon schon die Umgebung Prozent wenn du mal auf jeden Kroningen Prozent Nein ich gehe mit meiner Laterne muss Fabi jetzt eigentlich schon wieder hast du wenigstens schon da drin geschlafen meine Mutter war noch immer durch mich Prozent was das denn für ein Sprung bei den Sonnenberg hochkommen ich hab den gesehen man muss muss irgendwie von der Ecke kommen oder kommt von der Ecke nicht wahrst der Ego war locker hoch was er steht da steht da drückt die Neues ist man nicht um Fabi unsichtbar geht nicht wo ist der Sprung weit ja was steht da 5 blockchamp WTF okay die Erinnerung aber ich rückwärts an die Leiter dran auch geil ich habe wieder so eine competition die ich mir schon vorstellen kann wie sehr ich sie hausse ne Niemand schlägt einen Astronauten Junge Junge wir werden ja vor ein Ex gesponsert was willst du mich hauen was willst du mich hauen ne mhm auf Maul alles Möller oder was jetzt da links oder was ja an die Leiter willst du mich oder ich hab fast geschafft oh scheiße hurra hurra der Daniel er ist wie der da ja ich hab das am Arsch guck mal wie ich immer da dran hänge und einfach runterfalle psss 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 muuuuuhn hl tribus nein mann n nein ich bin doch nicht blöd psss psss wievisel wahnsinn steckte hin Dir Wooooooo k juno後 gowie züg ich meinen fetten Gehaltschecks nehmen in der ganzen Werbung Kilburg nerauc ich bin doch nicht blöd Trinke Fanta sei Babucia Apropos, früher fand ich den Spruch viel geiler, Alter, als Trinke Fanta leben Früher gab es ja Trinke Fanta sei Babucia oder Babucia oder so Versteh ich nicht Trinke Fanta sei Babucia Wie geiler, Alter, das klingt Kevin hält, Juuu Der Fette Oh Kein, bist du wieder fertig oder was? Natürlich Ja, Fabi, du musst es auch in meinen machen Nein, Alter, Daniel Jetzt schon Nur weil du zu doof bist Bitte Get silly, hey Hey, Junge, was denkst du, wie doof wir schon auf Respawn geklickt haben, insgesamt? Sometimes Oh Wie soll ich denn da, seitlich oder was? Natürlich Oh, Mann, ey Du hast mich mit dir untergefallen, bist du glücklich, bist du glücklich? Ja Ja, bin ich Ausbauen wir alle in einer Ecke und Kevin halt da Die hab ich auch noch schön zu rupfen Alter Hau ab Nein, schau'n wir denn nicht auf den nächsten Block, ey Wenn ihr auf der Leiter seid, müsst ihr nach oben gucken, gell? Äh, der Sprung ist nicht so schwer an der Leiter, aber der danach Ja Ach Rrrr Oh, ich pack noch nicht mal den ADS Daniel, was machst du? Ich weiß nicht So ein kleiner Cheater, ey Luft Luft doch so schützt ich mach's halt nie niemand schlägt einen pvp gegen du musst auch in einem lauf machen du hast dich stehen du musst einfach direkt durchbringen Fabi du musst einfach direkt so wie du jetzt gerade so hier du musst halt versuchen an der Kante direkt warte ooooh genau gleichzeitig klappt es nicht so gut jetzt woherst das war jetzt ja siehst du siehst jetzt ooooh mhm mhm pfff hey du packst es nicht doch aber der also wenn du links an die Leiter springst musst du an noch einen blocken der blockt wohl danach zum hinspringen der ist übel schwer irgendwie die hey lol ich bin nicht das ist der ich kann mich danach gehen ja einfach nicht